Mensch, Jonny! Jonny Leinchen! Jonny! Komm, Jonny! Ah, was ist das für ein Hund! Ich glaub's nicht. Die Ergebnisse liegen schon vor. Auf Platz 3, natürlich, Jonny. Ja, Pugel Jonny mit seinem Herzchenzwergi. Preis geht in Höhe von 10 Euro. Das rächt mir noch nicht so ganz. Da brauch ich ein bisschen mehr, um mir eine Katze essen zu können. Komm, das kriegen wir hin. Ich mein Training, Training, Training. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Ja, ich weiß, ich bin wieder im Finale gelandet, warum auch immer. Wie auch immer ich das geschafft habe. Los, Jonny! 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 Nein, nicht Jonny! Nein, nein, nein! Aus! Jonny! Jonny! Jonny, nicht hinsetzen, nicht hinsetzen, nicht hinsetzen! Was machst du denn da? Komm schon! Ja, komm, 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 komm! Was ist denn das für ein Penner? Was ist denn das für ein Hund? Komm, komm, komm! Um die Ecke! Komm! Komm, 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 komm! Komm voran, komm voran! Die anderen sind doch schon im Ziel! Was soll denn der Mist? Ich soll es wieder mit Discuswurf probieren. Vielleicht bin ich da einigermaßen besser. Das bringt doch hier nichts. Jonny! Was machst du denn? Ja, hier! Komm, hol es! Ach, so eine Flasche, dieser Hund! Ich glaube es nicht. Unmöglich! Auf Platz 3, Jonny! Mit 10 Euro kann ich nicht viel anfangen. Ich brauche 800, Jonny! 800! Verstehst du? Wir haben 100. Wir müssen uns anstrengen. Wollen wir mal was anderes versuchen, Jonny? Der Discuswettbewerb. Juniorenwettbewerb. Na komm, das kriegen wir doch hin. Favoriten sind Jonny und sein Zwergi. 3, 2, 1... Los, hol, Jonny! Jonny! Hol es dir! Hol es, hol es, hol es! Und zurück! Hol es, hol, hol, hol! Ah, Jonny! Ah, Jonny! Was ist denn los heute mit dir? Was ist denn los? Damit können wir keinen Preis gewinnen. Mit deinem Können hier! Jonny, komm! Komm, komm, komm! Jonny! Jonny! Musst du ja auch noch zurückbringen. Das habe ich jetzt selbst nicht gesehen. Ich dachte, wir hätten es schon verloren. Na komm, gib her! Jonny! Aus! Na komm, hol! Hol! Hol es! Hol es! Ja, wunderbar! Sprungbonus! Und jetzt zurückbringen! Drückbringen! Jonny! Jonny! Gib! Jonny! Jonny! Jonny, Mann! Verdammte Kacke! Was willst du denn hier? Komm noch mal! Werfen noch mal! Werfen hier! Komm! Fang! Fang, fang, fang! Komm, hol! Jetzt habe ich auch ein bisschen vermasselt. Naja, was soll es. Dritter Platz mit 4 Punkten. Selbstverständlich ich. Und mein Jonny, 10 Euro. Was man wohl hier Platz 1 bekommt. Training, Training, Training! Üben, üben, üben! Wir geben niemals auf. Komm, irgendwann kriegen wir was hin. Es ist Konzentration! Beide! Ich und Jonny! Los! Fang, Jonny! Jonny! Wo bist du denn? Ah, Mann! Sollst du das fangen? Und zurückgeben! Jonny! 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 Komm zurück! Wir haben nicht so viel Zeit. Jetzt gib! Gib her! Gib! Komm, gib schon! Jo! Das war schlecht, weil ich es schlecht geworfen habe. Komm, Jonny! Jonny! Jonny, her damit! Her damit! Wir haben keine Zeit. Der eine hat schon 5 Punkte. Komm, gib her! Jonny! Fang! Fang, 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 fang! Fang, fang, fang! Renn, renn, renn! Komm! Fang! Gut! Okay, 3 Punkte. Das ist nicht gerade gut, aber auch nicht schlecht. Komm, Jonny! Die anderen haben schon 6 und 5 Punkte. Äh, das wird wieder nichts. Los, komm! Jonny! 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 Funk! Hopps! Wunderbar! Plus 1. Naja. Komm zurück! Gut, Jonny! Gut, Jonny! Du hast dein Bestes gegeben! Noch nur für Platz 3, aber was soll's? Platz 3 mit 5 Punkten. Hier. Naja. Preisgeld in Höhe von 10. Mal hier zu Hause. Jetzt wird mal hier ein bisschen Discus trainiert. Guck mal, Discus haben wir doch hier. Jonny! Jonny, guck mal hier! Und Fang! Fang, Jonny! Das geht bei dir nicht, oder? Das geht bei dir absolut nicht. Ja, dort hinten. Discus, dort hinten. Ja, jetzt holt er sie. Jetzt ist es zu spät, Jonny. Jetzt ist es dafür zu spät. Jonny! 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 Komm her! Die lässt einfach dort liegen, die Discus. Knochen hier. Nimm! Das Spielknochen da. Kannst du ein bisschen spielen mit... Was soll's? Kannst du hier ein bisschen ausruhen. Ja. Ich würde mal sagen, das Geld... Irgendwann später. So. Die Katzen können wir uns wohl vorerst nicht leisten. Vielleicht spare ich mal auf zu kriegen ein bisschen. Mache mal ein bisschen Training. Vielleicht können wir uns irgendwann mal... Wenn ich immer 10 Euro gewinne, bin ich dann irgendwann bei 800 in 5 Tagen. Dann können wir uns so eine süße kleine Katze leisten. Kurz. Kleine Lieblinge hier. Och guck mal, der kommt direkt zu mir. Der sieht doch putzig aus. Den hätte ich ganz gerne. Ich habe kein Geld für dich. Meine Kleine. Meine Kleine. Ich muss dich leider so... Ich muss dich leider erstmal einen Zwinger lassen. Kann ich noch nicht adoptieren. Ich muss noch ein bisschen Geld holen. Ich würde mal sagen, das mache ich jetzt mal so ein bisschen. Ich werde mal so ein bisschen Geld sparen. Und dann mal... Dann mal gucken, was sich anbietet. Wann ich mir mal endlich eine Katze leisten kann. Hm. Ich stelle ...